Musik Nachdem Pistenpräparierungsarbeiten stattfanden, sind wir nicht direkt die Piste zum Wannenjoch aufgestiegen, sondern über die Abfahrt Richtung Stulpenalpe ausgewichen. Unser Ziel liegt schon in der Sonne. So wenig anders zu erwarten sind eigentlich sämtliche Rinnen hier eingespurt. Aufgrund der Schneelage kann man aber schlecht abschätzen, wie gut oder wie sicher das dann auch in der Abfahrt geht. Wir bewegen uns jetzt wieder in Richtung Kübundkopf. Zuerst durch die Senke durch und dann wieder zurück auf die Piste zu kommen. Den zuzeitigen Aufstieg kann man auf jeden Fall genießen, weil es schön warm ist von der Sonne her. Und die Spur ist auch recht ordentlich. Aktuell ist der Aufstieg durch die rechte Mulde gelegt. Da gibt es natürlich bei entsprechenden Stehlage verschiedene Möglichkeiten. Wobei die Abfahrt gar nicht so schlecht ausschaut. Musik Die weitere Querung zum eigentlichen Gipfel lassen wir heute aus. Die Hänge am Wert der Hörnle ist schon noch recht übel aus. Und starten nach einem Rundblick gleich mit der Abfahrt. Musik Der Schnee ist bereits etwas schwer, liegt aber auf einem harten Untergrund, sodass man gut ohne Steinberührung nach unten kommt. Musik Auf den wenigen Stücken, wo der Schnee noch nicht zerfahren ist, herrschen sogar sehr gute Bedingungen. Musik Wer seine Skier liebt, fährt zumindest an dem Teilstück sehr vorsichtig runter. Die Abfahrt nach vorne war heute gesperrt. Da haben sie mit der Winde präpariert, da muss man irgendwie aufpassen. Kurz noch den durch die Pistensperrung verursachten Gegenanstieg bei der unteren Stulpenalpe bewältigen. Musik Und gemütlich schwingend zum Ausgangspunkt zurückkehren. Musik 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 Musik